So, moin Leute, ich bin Kuropeko mit meinem Bruder Trotro Aron, 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 Trotro, keine Zbay, los geht's, weiter durch den großen Tempel, wir haben die erste Hälfte geschafft, sind jetzt fit für die zweite, oh mein Gott, jetzt rückt es immer weiter ran, alter, ja, guck mal wie wir aussehen, wollen wir noch ein bisschen hier stehen, hier ein bisschen stehen hier, yeah, jetzt werde ich mal in die andere Richtung, oh yeah, so, das wird die Thumbnail, ja, oh mein Gott, ja, cool. Ja, vielleicht kommen, scheiße, ich mach mal diesen Typen einfach kaputt, alter, oder auch nicht, ja, verfällst, 1, 2, hätte ich einfach schock gewesen, Alter, so, jetzt einfach hoch, 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 Ja, ich glaube jetzt, ja, wir sind da, alter, das ging ja schnell als Verdachten, die zweite Hälfte, dann würde ich sagen, ah, da ist er wieder, das ist es, Kumpel, ich hoffe, du bist bereit. Ja, ich glaube, wir sind da bereit, ja, oh, das war ja, 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 würde ich sagen, wir sind bereit, es geht los, großer, alter, das Finale, oh, man sieht schon die Lebensweise. Sagt sie. Sagt sie. Du musst hier verschwinden. Kalaka kann jeden Moment zurückkommen. Äh, boom, boom, boom. Ich wünschte, es wäre nicht so gekommen, ich wünschte, wir wären wieder ein purer Blutjob. Wir werden wohl das Fest verpassen. Vielleicht hätten wir... Nicht so schnell. Oha, das sah geil aus. Luchador, wie nett, dass du uns bei der letzten Zeremonie Gesellschaft leistest. Hey, du hässliches Charon, du hast mich... Lass ihn jetzt gehen. Ach, Törtchen, wie süß. Ich wusste, dass du dich mit dem Gedanken an uns beide anfreunden wirst. Immerhin heiratest du bald einen Gott. Ich hoffe nur, dein ständiges Gekeifer-Scheiße war der falsche. Lässt mir mit der Skelettierung nach. Lass ihn gehen. Das kümmert er dich überhaupt so sehr. Moment. Ich verstehe, was hier vorgeht. Du bist dieser Agavenbauer. Hahaha. Du bist jetzt ein Luchador, aber ich habe dich getötet. Das habe ich sicher. Vor allem, man sieht es dein Gesicht die ganze Zeit so, aber egal. Keine Sorge, dir wird die große Ehre zuteil, zweimal durch meine Hand zu sterben. Ich bin Carlos Carlaca, der größte Charon, der je gelebt hat und gestorben ist und wieder lebt. Oh, und natürlich sorge ich dafür, dass die Zeuge deiner äußerst schmerzvollen Todes wird. Cool one. Ahahaha. Jetzt zeig mir, wie unwürdig du wirklich bist. Agavenjunge. Versus Carlos Rematch. Am Anfang wurde ich direkt getötet. Oh mein Gott, das geht schon los. Oh mein Gott, das geht schon los. Oh mein Gott, wie kacke der ist. Er wechselt einfach hier. Wow. Okay, ich bin gleich tot, Alter. Erstmal. Oh mein Gott. Ja, Mann. So muss das laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Garavenjunge. Okay, jetzt geht's los. Erstmal der Final Boss jetzt, ne? Das muss doch laufen jetzt. So. So, so, so. Oh. Ich hab ihn erwischt. Nein, was ist? Direkt wieder kaputt. Ah. Scheiße. Ja, Aron, du musst auch ein bisschen mitkämpfen jetzt hier. Ah. Okay, ich hab Treffer gelandet, Alter. Guck mal, wie viel Leben ich hab gesagt. Du musst direkt ein Kombo rein sitzen. Okay. Okay. Ah. Du Schwein. Nein. Ich bin tot. Nein. Weich ihm aus, Aron. Weich ihn aus. Häng mich an die Wand oder sowas. Geht nicht. Geht nicht. Ach so. Ja, okay. Ja, warte. Versuch mir auszuweichen. Okay. Nein. Wie klopft. Lebe ich jetzt? Oh. Ja. Ich hörte aber, dass wir ihn nicht erwopfen. Okay. Pass auf. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt gehen wir hin. Ja, Final Boss ist Final Boss. Da muss man auch mal ein bisschen... Ah, Alter. Okay. Ach so. Scheiße. Ah. Okay. Treffer. Nein. Ich hab doch doch... Ach so. Durch das Feuer kann man nicht durch. Okay. Nein. Oh. Ich vergesse das immer. Alter. Das hat doch eine Reichweite, die Scheiße. What? Pff. Der angepasst hat. Der zieht auch so viel. Oh. Verdammt. Zu oft. Ah. Ah. Vor allem. Ich geh direkt auf die Fresse, wo ich wiederbelebt bin. Ah. Nein. Ach, ey. Nein. 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 Ah. 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 Das kann jetzt knapp werden. Das kann jetzt knapp werden. boah. Das macht er jetzt. Woah. Scheiße. Fatschi angesprochen. Okay. Ja, komm doch jetzt! Ah. Autsch. Nein. Ja, kämpf ruhig. Du kannst so fast genug Leben. Ein, zwei Schläge. Okay. Ziehen wir ihn eigentlich ab, wenn du... Ja, okay, das zieht ihn auch schon. Ich dachte, du musst vielleicht zwei Schläge machen. Au, au, au. Okay. Auf. Ach, scheiße, ey. Okay. Ah! Direkt mal zwei hier. Anständige Moves kleingehauen. Verdammt. Wow. Nein. Ah! Was? Nein! Oh mein Gott. Dieser Mistkerl, Alter. Okay. Nein, das war der falsche Ange... Ah, Schlag! Autsch. Jo. Haha, weide. Sack, ey. Ja, das Spring ist glaube ich das... Das Beste bei dir, wenn du die ganze Zeit in den Luft willst eigentlich. Jo. Ach, scheiße, Alter. Falsche Ange. Ja, wenn du springst, ist glaube ich das Beste bei dir. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt in der Form kommt. Da kommt noch was. Jo, wir sind gleich. Au, jetzt haben wir ihn raus. Jo. Der liegt, Junge. Kenn ich nichts, Alter. Kenn ich nichts. Ja, Mann. Okay. Du hast Glück, dass ich all meine Energie für das Ritoral verbraucht habe. Aber es ist zu spät. Denn die schwarze Sonne ist da. Komm, bezeuge die Vereinigung der Welten und den Beginn meiner neuen Weltordnung. Oh. Oh. Oh mein Goooosh. Die Macht. Ich spüre sie in mir auffallen. Boah. Erdlügel kriegt. Fuck, Alter. Was? Seht her. Ich bin Kalaka. Gott der Lebenden und der Toten. Hey. Zitat. Und nun unter meiner Herrschaft. Versus Kalaka? Alter, es geht schon los. Okay. Ne. Wow. Achso. Das kann man schmeißen. Das kann man schmeißen. Wow. Au. Okay. Oh, scheiße, Alter. Okay. Nein, wir müssen... Okay, dem Scheiß kannst du ausweichen. Ich weiß nicht genau. Wow. Wie gesagt, dem Zeug kannst du ausweichen. In der Rolle. Ich schmeiß die ganze Zeit scheiße auf ihn. Wow. Oh, verdammt. Scheiße. Ah. Jetzt komm. Nein. Nicht so oft. Nein. Hör doch mal auf, hochzufliegen. So. Nein. Nein. Jetzt bin ich wieder da. Au. Eigentlich müssen wir... So. Jetzt haue ich erst mal dieses Schlick. Ich bin tot, Alter. Ich habe das tot. Verdammt. Ja, okay. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Au. Das trifft einen auch von hier unten. Au. Hallo. Oh, die haben hier... Oh, nein. Autsch. Wart, Alter. Nein. Ja, habe ich auch gerade. Jetzt kommt wieder Kalaka. Ja. Okay. 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 Achso, der angebraten. Ich habe zuerst ein Feuer. Guck mal. Au. Okay. Schlag, komm. Oh, das ist los. Ja. Oh, nein. Was tue ich denn? Achso, du bist tot, Alter. Nein. Oh, Mann. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Okay. Au. Da hinten links. Pass auf. Jetzt ist kein Feuerball. Komm her, komm her, komm her. Okay. Okay. Au. Ist doch, habe ich auch mal. Ja, ja. Ja, ich weiß. Okay. Hey, ist das doch... Ich wollte schon sagen. Alter. Ich war doch... Wer ich bei dem Scheiß denn aus? Stirbt man einfach oder was? Au. Woa. Woa. Nein. Ah, scheiße. Ich hätte nach links gehen müssen. Okay, dritter Versuch, Alter. Jetzt ist ein letzter Endgegner, Aaron. Ja, siehst du nicht? Oft spürt sich oft Spiele durch, ne? Ja? Wie oft spürt sich viele in Spiele durch? Ich müsste sagen. Ja, ja. Ich bin ein Lügner, dass du noch nicht mal rot wirst, während du dann liegst. Au. Ja, ja, das weiß ich auch, aber... Ich muss das mal... So. Au, ich wollte gerade das Ding packen, Alter. Nein. Nein, ich hätte das noch in der Hand halten müssen. Oh. Du lebst noch. Alles gut, du lebst. Jetzt kommt die Feuerband. Pass auf. So. Demonsten kannst du einfach ausweichen. Mit L. Ja. Der ist ein Ausweich-Ausweich-Oberlop. Hast du diesen? L. L2 ist das. L3. L3? Ich muss noch L. L3. R3! Du, auf den Stick. Ich kann doch nicht auf den Stick. Dann muss ich mir das nicht drauf. Das sieht man aus, doch. Jooo. Jooo. Ich wie hier das aussieht, ey. Göt ein Rippenscheißer. Schleicht mir nicht tot. Was, wo hab ich den hingeworfen, Alter? Warum bist du denn da gestorben, Alter? Ich hatte noch so viel Leben und Leben lebendiger Zeit. Musst du da ein bisschen aufpassen. Ich dachte so, der Ballet kann ein bisschen drauf gehen. So, jetzt kommt der Schlag von unten. Ja, sehr gut. Was kommt jetzt? Ah nein, nicht Feuer beten. Fuck, Alter. Ah, Schlag. Warum krieg ich das denn noch ab? Das ist doch alles scheiße hier. Was? Oh mein Gott. Elf Sekunden, Aaron. Das ist auch der Feuer. Sehr gut. Mit der Feuer, oder? Komm schon. Ja, perfekt. Kann man das einfach drunter bücken? Ich glaub, man kann das nicht einfach drunter hocken. Weißt du was ich meine? Weißt du was? Ja. Ja. Achso. Das ist schwer. Komm. Okay. Was ist das denn gerade? Was gehört? Wo? Oh, Feuer, 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 Feuer beten. Der betet nach Feuer. Oh, verdammt. Ich bin da runter gekommen, wo ich das... Macht aber auf den Schaden, ey. Der Typ. Boah, ich bin auch der Tod. Warte, ich lass mich, ich lass mich... Kann ich mich töten lassen einfach? Feuer. Der betet nach Feuer. Ja, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ja, Mann. Boom, Schakalaka. Ja. Haha. Wie geil, ey. Oh, geil. Ja. Ja, das tut wenig, wa? Nicht so mit König der Hölle oder sonst irgendwas. Äh, der Nebenwelt und so. Sehr geil. Ich hab's geschafft, ey. Ich bin jetzt. Uh, uh. Mal sehen. Den Sieg kriegen wir. Und? Die Frau. Ja. So, was... Wär schon echt... Oh, was ist jetzt? Jetzt können wir ne Fähigkeit, oder was? Oh, da sind wir jetzt einfach... Mächtig. Oh, die Maske. Hä? Einen Teil haben. Okay. Muss sie alle erwischen. Siehst du, dass wir erst einen Teil haben. Das ist schlecht, was Neues jetzt, irgendwie. Ich hab nur einen Teil und keinen Spieler. Und so einen großen Spieler. Ja, irgendwie können wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwas machen. Können wir die jetzt auch werfen? Tch. Einfach wegschmeißen. Jetzt sind es zu plexig. Ich weiß... Gott. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß... wissen wir ihn nicht. Das ist richtig. Ja, irgendwie... Det ist ein Teil. Ja, hat irgendwie, das Ende war dann doch nicht so, oh, ist echt zu Ende jetzt, unser Spiel durch, äh, ich frage mich aber immer noch, was jetzt mit dem Ende jetzt da aufgefallen hat, okay, ja, mit der Mütze, ja, mit der Mütze, was mit der Mütze auf sich hatte, ja, kann man jetzt mal springen, ist das ein gutes Spiel, ist das ein gutes Spiel, Okay, der Winner ist you, Glückwunsch, du hast die Normal-Modus abgeschlossen, oha, der Winner ist you, es gibt noch ein Schwer und Normal und sowas, vielleicht bestimmt auch, ne, ich glaube nicht, es gibt noch immer einige verborgene Geheimnisse zu entdecken, wähle weiter im Hauptmenü, um eine Suche fortzusetzen, ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt erstmal, mit Gurka, mi, äh, wir haben es, keine Katastrophe, wir haben es tatsächlich jetzt durch, ich würde sagen, Ne, 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 mach mal, ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss, ne, ähm, hat Fock gemacht, oder, ich würde sagen, das Spiel ist ziemlich geil, das zweite Spiel, glaube ich, jetzt auf dem Channel jetzt zu Ende ist, also würde ich sagen, Ja, doch, kann man machen, mal sehen, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bei irgendwas anderem, vielleicht wieder mit Aaron, vielleicht ohne Aaron, wir werden sehen, bis dann, Tschüss.